läuft es es sieht sehr gut aus ja meine lieben da bin ich angekommen am ende der saison wir haben noch drei tage zu arbeiten das hotel macht morgen zu und darum heute unser letztes dachvideo leider konnte ich gestern nicht ich war gestern angekettet im bett nicht von meiner frau sondern von einer migräne ich leide da ab und zu darunter nichtsdestotrotz soll heute unser letztes dachvideo stattfinden es ist leider keiner gekommen keiner hatte zeit aber ich habe mir was besonders ausgedacht ich wurde gebeten als ich gepostet habe dass wir heute das letzte mal dach machen verschiedene leute zu grüßen der eine oder andere hat geschrieben grüß mich grüß mich wir machen das einfach so ich habe mir alle namen aufgeschrieben die den beitrag geliked haben und diese werden jetzt gegrüßt so so einfach ist das warte mal der dicke onkel muss eine andere brille haben aus hell hier heute sogar mal gucken ich habe heute extra die blaue genommen damit ich gut für euch aussehen ist das gut so okay achtung hast du aufgeschrieben kann mir das nicht alles merken das alter man ist ja auch schon ein bisschen älter also ganz lieb gegrüßt werden folgende personen die meinen beitrag geliked haben kugelschreiber mike güthoff michi michaela schultz sabine wingenfeld judith emmrich regina corazón aus tinga simone bräuer sanna sudmann die eigentlich auf der insel ist aber leider ist heute nicht geschafft hat gestern wollte sie aber ich war nicht da ich war der doof in dem in dem moment ursula göbel ganz herzlich gegrüßt carola krebs klebs entschuldigung carola klebs martina höbel reinhard behrendt all diese leute haben den beitrag geliked darum werden sie erwähnt andrea monschau daniel sespedes ganz herzlichen groß andrea nuss unser nüßlein lieben groß helene ladhi das ist die kugelfrau wir beide wissen was damit gemeint ist regina kergel ganz herzlich gegrüßt an dieser stelle aline garcia lorca auch hier herzliche grüße für den fall dass sie nur spanisch spricht muchos saludos de aki del techo anke gü petra vidal bella auch herzlich gegrüßt angela litten dita schlebusch gunter widemer silvio grünberg anja walter hartmann grünberg clausen ich glaube das sind die grünen bergs aus bordesholm an dieser stelle aus dem hohen süden ein guss an den tiefen norden oder war es umgekehrt aus dem tiefen süden ein gruß an den hohen norden wie auch immer birgit alexandra sei herzlich gegrüßt meter gas und herbert zimmer das ist der letzte hier auf meiner langen liste ich habe es mir ausgedruckt damit ich selber lesen kann ja meine lieben das war die saison wir haben jetzt noch ein wochenende vor uns am montag feiern wir ein bisschen halloween ich weiß noch nicht ob ich irgendwas lustiges anziehen ich habe eigentlich immer etwas lustiges an ich sehe auch von haus aus recht lustig aus aber hier der bad der wächst jetzt schon und wie im letzten winter wird er das auch den ganzen winter lang tun und wie das dann aussieht werde ich euch dann bei gelegenheit mal zeigen ja wir wollen es aber nicht versäumen noch mal eben schnell an den zaun zu gehen wie immer ohne runter zu fallen ich gebe mir mühe der ist auch hoch genug ich kann da so nicht ohne weiteres rüber aber jetzt schaut noch einmal genießt noch einmal schön den ausblick guckt mal es gibt sogar noch ein paar verrückte die da im wasser sind okay man muss dazu sagen heute war ein super tag heute war es super warm die sonne hat den ganzen tag geschienen also wahnsinn echt schaut mal ja toll oder die sonne scheint ihr könnt sehen im hintergrund ja meine lieben das war für dieses jahr das letzte video vom dach ich möchte mich ganz herzlich bedanken dass ihr immer so fein geschaut und geliked habt das hat mich wahnsinnig gefreut das jahr ist jetzt bald zu ende ich werde euch das eine andere video sicherlich doch schicken nur halt nicht vom dach weil die morgen zu machen alle anderen von we love can pick a fort sein auch ganz herzlich gegrüßt an dieser stelle ich wünsche euch was macht's gut bis nächstes jahr oder so ciao so und da ich jetzt ganz alleine bin geht es jetzt los wo ist der blöde knopf hier hier wird was hier der samsung durch da da ist ja ich habe ihn tschüss